Hallo Jazz, ich bin Hermann Wattenberg und war Schulleiter an Jazz von 2015 bis 2016 und wohne jetzt in dieser Gegend. Wir haben gerade die Klinikerbrücke gezeigt, die Berlin mit Potsdam verbindet und in der Zeit des Kalten Krieges Austauschort für Agenten war. Ich bin von 2015 bis 2016 und wohne jetzt in Berlin, die auf der Seite ist. Und hinter mir sieht man den Kastel, Schloss Babelsberg, die nicht auf der Berliner Seite ist. Ich wünsche Jazz alles Gute zum 50-jährigen Jubiläum und begrüße alle, die mich noch kennen. Ich wünsche allen im Jazz alles Gute für die nächsten 50 Jahre. I wish all the best to everybody at Jazz for the 50th Anniversary. I hope to be in Singapore again sometime, but for now, bye bye.